Moin heute hier zurück bei Days Gone und wie ihr seht hier nächste Mission geht schon wieder los, wieder auf die Straße Ja, da fahren wir jetzt hier oben zum Camp Hier wahrscheinlich ein bisschen, wahrscheinlich auch sofort los, deswegen mache ich jetzt auch Schnellreise hin, deswegen Ladezeit, aber wie gesagt, ich glaube, das geht hier direkt wieder los, deswegen habe ich jetzt die Aufnahme so angefangen Weil ich sonst vielleicht eventuell dahin reise und das hängt direkt an, ich drücke dann zu spät Aufnahme Hey, was ist hier los? Was geht ab? Ich tauch hier auf, da sind so komische Leute hier Also, schick jemanden, den sie kennt, okay? Sie ist auf dem Weg zum Camp Okay, na gut, okay, Ricky Ende Aber das war jetzt von einer Feri-Mission noch So, ich will nochmal kurz mal gucken, wie die heißt denn, die Mission genau Sie heißt, er ist mein Bruder, wieder auf die Straße kehre zum O'Reilly Mountain zurück Ja, habe ich ja gerade gemacht und schon sind hier irgendwelche komische Bösen So, steige auf oben bei Hörst du mich? Gleich Ja, Mike, ich höre Ricky hat mir alles erzählt, dass du Gabby gerettet hast Ich wollte mich nur bedanken Ich kenne das Mädchen, seit sie ein Baby hat Na klar, Mike, ich wünschte nur, dass ich hätte Abigail auch retten können Du hast dein Bestes getan, ich bin dankbar Bis bald, Dick Gut, dass du auf unserer Seite bist Mike Ende Ja, Abigail lacht ja eigentlich tot auf dem Boden Der hat 100%, okay So, warte mal, ich will noch gucken, ob ich hier was looten kann Weil hier gibt es auch mal Loot, immer wieder Hey, habt ihr sie gefunden? Hey Dick, ja, ihr geht's gut Ein bisschen traumatisiert, aber nicht mehr als jeder andere Ich schätze, wir alle wissen, wie es ist, jemanden zu verlieren Ja, das stimmt wohl Ja, bis bald, Ricky Da haben wir doch jemanden gefunden Hä, das verstehe ich alles gerade gar nicht so richtig, um AID zu sein Aber man macht ja nix Ich könnte sie nicht nutzen So, wir suchen Aber ist immer noch da So, jetzt fangen wir mal an Das zu machen, wie es sein soll Hoffe ich zumindest Scheiben wir mal aufs Bike Muss wahrscheinlich einfach nur zurückbringbar Doch nicht Was mit meinem Bike, weil das jetzt einfach steht, oder was? Fragen über Fragen Fragen über Fragen So Das ist übrigens Ladezeit von einer SSD, die ich eingebaut habe Ja, ich weiß nicht, wie es sonst von einer normalen Festplatte ist Aber es muss ja dann Ewigkeiten dauern, wenn es halt von einer normalen Festplatte ist Oh yeah Aber wir sind ja guter Hoffnung Na, wenn man plötzlich Ich bin froh, dass das läuft Was zur Hölle? Du hast wirklich mein Bike geholt? Ich wollte nicht, dass Korpus kriegt und ausschlachtet Oh man, Dick Hey, ich hab das nur wegen der Ersatzteile gemacht Ich mein, du alter Sack brauchst die ja wohl nicht Scheiße Danke, Bruder Das vermisse ich echt Durch die Gegend cruisen Verdammt So, das war schon Dick Eddie wollte nur, dass du weißt, dass sie Männer angeheuert hat, um dein Bike zu holen Das Ding steht drüben in der Werkstatt Warte, äh, was? Gern geschehen Ricky Ende Ah, das war schon, okay Ein bisschen kurz, um euch zu sein Iron Mike Er ist von Bruder freigeschaltet Individuelles Design, oh wie schön Ja, äh Jetzt ist meine nächste Mission schon wieder drin, ne? Aber die war eben irgendwie 1,5 Kilometer entfernt Komisch, doch nicht So, äh Ja, es ist ja ein bisschen komisch gerade, aber Ich dachte, es geht länger, aber dann wohl doch nicht Äh, ich glaube, jetzt fahren wir mal kurz zu Tucker Machen wir noch die Nebenmissionen Hey, Blaine, wie läuft's so Er hat mich gekauft Bitte schön Äh, ja So, okay Bis bald mal Ich brauche jetzt noch 2.000, äh, 425 Punkte hier Und dann habe ich hier 2, da kann ich eigentlich einkaufen, richtig So, wie gesagt, die Mission von Tucker ist noch offen Die machen wir jetzt noch Kann ich direkt hinfahren? Ja, auch Kann ich direkt hinfahren, alles klar Ja, es ist auch wie es gut ist, aber wenn ich jetzt anfangs so rede, wird es schlimmer Äh Das ist halt nervig, ich kann es halt auch nicht ändern, wie gesagt So, 5% Benzin So wie hier auch nicht Hey, ist okay Aufmach St. John Hier spricht Mark Coagland für Deacon St. John Hey, Cope Was gibt's? Wollte mich nur melden Ein Tag von meinen Männern war neulich auf dem O'Leary Mountain Haben dort ein Versteck gefunden In einem Waldarbeiterwachturm Ach, was Ja, haben sie gesagt Soll verlassen gewesen sein Tja, aber Wer da auch lebte, hat ein Bike gehabt Das Ding ist wohl in einem Top-Zustand Was du nicht sagst Was? Ein Bike? Ja, Mann, aber es kommt noch besser Als sie heute Wieder darauf fuhren, um das Ding abzuholen War das Bike weg? Das ist doch wirklich seltsam Cope, das ist alles wirklich faszinierend, aber Jetzt fahrts ab Das Beste kommt doch erst noch Sie sagen, dass das Bike Außer wie das, was Gusa früher immer fuhr Okay Nochmal von vorne, Cope Ihr seid also hoch zum O'Leary Mountain Und habt da anscheinend Buzas Bike gefunden, ja? Und das Erste, was ihr denkt, ist Hey, warum fahren wir nicht zurück und stehlen es? Bergen, Deak Bergen Aber das ist noch nicht alles Ich hab mich gefragt, was wohl mit Buzas passiert ist Manny sagt, er hat ihn schon ne Weile nicht gesehen Keine Ahnung, Cope Wenn ich ihn das nächste Mal sehe, dann sag ich ihm, dass du ihn vermisst St. John Ende Ich hätte auch sagen können, was passiert ist So, Taka Deak, wir haben hier ein echtes Problem Erinnerst du dich an Richard Marston? Er fuhr für uns Du meinst Mega-Arschloch Marston? Ja, ich erinnere mich Ich dachte, Al-Kai hätte ihn weggejagt Hat er Aber das hat Marston wohl nicht gepasst Er schloss sich ein paar Driftern am Black Crater an Sie überfielen einen Versorgungsdrupp Es gab drei Tote Ach, verdammt Ich hab diesen Scheißkerl nie gemacht Ich kümmere mich um ihn Danke, Diet Ich wusste, auf dich ist Verlass Ja, darf ich mal sagen Müssen wir gehen, unniedenbar Ich zahle das Doppelte, alles klar Mission ist einmal hier Sehr schön Werden wir auch direkt machen Ab zum Black Crater Copeland nicht auch jetzt eine Mission für mich jetzt, oder was? Ne, ne? Irgendwie nicht Ja, die Mission muss man auch mal wieder machen Ich brauche hier auch noch ein paar Punkte hier Und fast 10.000 Ich brauche ihre 3 zu machen Aber Immer wieder machen Damit man halt Da in diesem Oh, ja, wir können Deacon, hörst du mich? Ja, Erdi, was geht's? Könntest du mal auf der Krankenstation vorbeikommen? Schwimmt was nicht? Nein, ich muss nur mit dir reden Ah, ja, okay Nächste Mission So, hier oben ist noch Gefahr, dass Bären kommt und alles am anderen Plan Wir fahren natürlich auch schlauerweise in der Nacht dahin Wir fahren natürlich auch schlauerweise in der Nacht dahin Hier kommt hier keine Horde oder so Außer ich kann die Horde gebrauchen haben Okay Ist hier schon ein Sniper? Ja, du bist doch irgendwo hier draußen Ah, ey, komm schon Alles klar Okay Und ey, ohne witzig, das eigentlich, hab ich noch nicht gesehen War wohl nicht so Ich Idiot So, von hier oben habe ich natürlich eine gute Position Äh, da rein, äh Gut, Taschenabend verraten die natürlich auch ordentlich Das ist mir auch gar nicht schlecht Eigentlich müsste die jetzt wahrscheinlich nichts aufgeschreckt sein Aber irgendwie interessiert es wohl nicht, dass die mal geschossen hat Tag, ich bin da Dieser Marston hat eine ganze verdammte Armee versammelt Ha, überrascht mich nicht Er ist schon immer mit den Dreckskerlen in der Außenwelt gut klargekommen Soll ich Erlkei schicken? Äh, nein, geht schon Na, was hatte er bei diesem Überfall für Klamotten an? Das gleiche wie immer Einen schwarzen Mantel, knielang, Cowboyhut Dick, bring mir seinen Hut Je mehr Löcher drin sind, desto besser Okay, also läuft er rum wie ein Arschloch Ist schon am Ende Jetzt haben sie mich gesehen Oh, scheiße, wo kommen die denn her? Oh, Biker Wie sind die, die lustig hier reingefahren sind? Siehst du gesehen, wie die reingefahren sind hier? Das scheint ihm nicht aus Wo kommen die auf einmal alle her? Wollen wir es mir mal erzählen Komm schon, Rick Nicht weglaufen Hey Leute, hör mal locker Was ist mit dir los, Junge? Ein Bogen der Regel, das? So, Moment Wie gesagt, ich hab den Ah, falsch Ich hab die Ambos abgegradet Du machst viel mehr, viel, viel mehr Schaden So, wo rennt eine andere noch rum? Und da es ja ein Drifter-Bogen ist Und ich halt, äh, den vom Erkobesteller-Bogens gekriegt hab Ist das natürlich noch ein Stück geiler Ja, nimm mal die Waffe Nimm mal die blöde Waffe Mann, du sollst nicht die Waffe nehmen Was ist denn das Problem? Das wär cool, wenn das eingestellt werden könnte Dass er dann halt nicht die Waffe nimmt Das wär echt super So, dann erwische ich da oben noch Oh, nicht die, die falsche Waffe Hat der einen Helmaufgaben, was er So, ja Check, check Alles weg So, gehen wir mal direkt zurück Ich sag, die Ambos ist natürlich gerade immer Ich weiß, aber Das macht Spaß Oh, ne Falle Oh, ich renne So Wo ist mein Bike? Da ist mein Bike Ja, haben wir easy gecleared, würde ich sagen Mal gucken, wie viele Punkte es gibt Mal natürlich schnellreise hin Was soll's Hallo Das tue ich mir jetzt nicht an die Fahrt Woll ja nicht Obwohl das gleich um die Ecke ist Aber trotzdem Ja, die Mission liefer gut Buse hat sein Bike wieder Ich hab den Bösen Ausgeknipst Ja, die müssen auch mal mehr gemacht werden Das gibt's nicht über den Ding und mir nicht So Tag, ich hab einen neuen Hut für dich Sehr gut Sehr gut Hat er sich so richtig gewehrt? Du, äh, zahlst mehr, wenn's so war? Nein Warum fragst du da? Mir gefällt einfach der Gedanke, dass dieser Mistkerl leiden musste, bevor er starb Äh, scheiße Tacke, ich mach das nicht zu deiner Unterhaltung So, erledigt, oh, ich hab ordentlich Punkte Richtig Punkte So, die nächste Mission hier ist hinten im Camp hier Das ist kein Leben Okay Äh, ja, das werden wir aber in der nächsten Aufnahme sehen Weil, ich werde jetzt erstmal hinfahren Und das wollen wir jetzt ja nicht angucken Ich werde hier erstmal zwischentanken Und werde dann hier weiterfahren Weil hier, wie gesagt, das ist mein Tankpunkt hier Wo man halt immer schön umsonst tanken kann Ja, mit dem Kanister Von da aus kann ich mich hier in der ganzen Welt easy verteilen Damit das Auftanken danach nicht wieder so teuer wird Und ja Wie man sieht hier unten links, äh, was ich schon erledigt hab In den Gebieten und was nicht Ja Äh, Neokontrollpunkte Fehlen noch zwei, komischerweise Ich weiß gar nicht, wo die sein sollen Aber da fehlen noch zwei Hier bei Copeland habe ich auch noch ein bisschen was offen Wie man sieht, ja Und hier bei Lost Lake Ist eigentlich auch ganz okay Außer da sind auch noch ein paar Sachen offen Ja, ich weiß gar nicht, ob uns nicht genau sind die Sachen Aber hier muss wir schon auch noch irgendwie hinfahren Naja Das werden wir aber alles in der nächsten Mission sehen In der nächsten Aufnahme Und dann bedanke ich mich jetzt fürs Zusehen und Zuhören Reingehauen hier bei Days Gone Tschüss Achso, warte mal Fähigkeitspunkte haben auch noch reingeschneid Das machen wir auch nochmal eben kurz So, äh Überleben vielleicht Vielleicht Äh, vielleicht auch nicht So, schießen wir vielleicht ganz geil So, warte mal Ist man ja unter Druck Du verbrauchst keine Konstruktion mehr Wenn du deine Fernkampfwaffen nachlädst Okay Resizit nach der Zeit der Fernkampfwaffen Okay, erhöht die Position von Fernkampfwaffen Mh, Fernkampf, Fernkampf, Fernkampf Fernkampf ruhig nicht Also, resizit den Rückschluss von Fernkampf Erheblich Tja Äh, ich werde hier aufzuhalten Okay, wenn wir das machen Okay, halte L2 gedrückt und drücke R3 Um die Konstruktion zu aktivieren Die nach werden bei Treffern durch Er betäubt Okay So, habe ich noch einen Fähigkeitspunkt Oh Ich habe ja noch einen Sorry dafür So, ähm Erstmal mal Blitzschnell Reflexe Stierlauf Die Abrechnung Die Abrechnung ist was Verleiht Nahkampfwaffen Die Chance auf kritische Eliminierung Bei Menschen Schwärmung und Krabblern Die Fähigkeit Nicht schneller rollen Höre Was, okay Die Fähigkeit bei einem Sprint Einen normalen menschlichen Gegner Oder Ich mache das hier Die Abrechnung So, genau Ja Da habe ich das ja auch erledigt Das ist ja schon mal ganz gut So, jetzt aber Danke fürs Zusehen und Zuhören Reingehauen Und bis zum nächsten Mal Tschüss Tschüss